Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und Hallo zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Veldes und heute mit einer kleinen Diskussion, die ich gerne anstoßen möchte und einen kleinen Denkanstoß, den ich der Star Trek Timelines geben möchte aus meiner Sicht. Ich werde es heute vergleichen mit Raid Shadow Legends. Das ist ein anderes Mobile Spiel, was ich gerne spiele. Das werden viele kennen wahrscheinlich von den nervigen YouTube Werbungen, die sie immer haben. Aber ich finde, die machen eine gewisse Sache um einiges besser, als es Star Trek Timelines macht. Und die Macher von Star Trek Timelines dürften nicht wirklich wissen, wie sie es besser machen. Darum hier jetzt quasi der Denkanstoß. Ist jetzt natürlich auf Deutsch das Video. Das heißt, die werden damit nicht viel anfangen können. Aber es wäre mal interessant, einen kleinen Talk mal unter der Deutschsprache in Community anzuregen und euch mal zu fragen, was ihr denn davon haltet. Es geht darum, es ist jetzt der fünfte Geburtstag von Star Trek Timelines und es war auf jeden Fall letztes Jahr so und auch vorletztes Jahr, dass zum Geburtstag von Timelines die Macher sich gedacht haben, sie machen einen Sale und reduzieren die Preise in zum Beispiel der Ehrenhalle. Und haben dann viele Sachen reduziert auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch verfügbar gemacht über diese Ressource Ehre, sodass man halt Ehre ausgibt und man bekommt dafür Crewmitglieder. Heuer aber nicht. Und viele haben darauf gespart. Also ich habe ja auch 508.000 Ehre und die wissen das. Die wissen, dass es, also die sehen ja, wie viel ihre Spieler sparen und was ihre Spieler kaufen, ausgeben und so weiter. Das heißt, die wissen es, horten sehr viele Leute Ehre. Was die jetzt aber nicht machen, dass sie einfach sagen, wir machen jetzt wie jedes Jahr diesen Ehre Sale, sondern die sagen, gerade deswegen machen wir es heuer nicht. Und ich finde, das ist ein Fehler. Jetzt machen sie es so, zum Geburtstag, dass sie plötzlich sagen, nicht Ehre, sondern eine andere Ressource, nämlich Credits, nehmen wir heran, um dafür eine Seele zu machen. Und ihr seht es da schon, die exorbitanten Preise, die man braucht, um richtig gut dabei zu sein im Zeitportal. Schauen wir uns das Ganze mal live an. Wenn ich jetzt auf Dabo-Rad gehe, dann gibt es hier in diesem Dabo-Sale, dass man halt nur mit Credits Sachen kauft. Und ganz klar, wenn man ganz oben sein möchte, dann muss man sehr viel drehen. Und ich habe schon ein Bild auf Discord gesehen, dass die letzten eigentlich dann immer erst noch übrig waren, quasi zum Freischalten, dass halt erst die unteren Items freigeschalten werden. Machen wir das mal live. Gehen wir mal ein bisschen was aus. Und ihr seht schon, letzte Reihe, nochmal letzte Reihe, dann die Reihe darüber, nochmal letzte Reihe, nochmal letzte Reihe, nochmal letzte Reihe, die Reihe darüber. Ja, ne, und braucht wirklich sehr lange, bis dann die sind, die überbleiben. Und die sind halt dann wieder sau teuer. Und dann ist wieder die Frage, hat man noch genug Ressourcen? Man hätte es, wenn sie es rechtzeitig ankündigen würden. Wenn die sagen würden, hey, wir machen einen Credit Sale, dann kannst du das sparen. Und dann kannst du sagen, ich spare mir die Credits genauso, wie du es machen kannst bei einem Ehre-Sale. Wenn die jetzt sagen, hey, wie jedes Jahr machen wir einen Ehre-Sale, dann kannst du dich drauf einlasten. Bei Raid Shadow Legends zum Beispiel ist es so, da sind wir jetzt im Spiel drinnen. Die haben auch verschiedene Währungen, sage ich jetzt mal, so wie Ehre und Credits und so weiter. Das gibt es dann eigentlich meistens mit so Splittern. Da gibt es dann heilige Splitter, da sind da besonders geile Champions drinnen. Irgendwelche 5-Sterne, 6-Sterne Champions. Also welche, die halt eine tolle Macht haben quasi. Die hier zum Beispiel, die sind dann halt besonders geil. Die Grafiken sehen immer super aus und sie haben halt dann tolle Fähigkeiten. Dann gibt es Lern-Splitter, das sind auch spezielle. Die gibt es ansonsten sehr schwer zu erhalten über andere Splitter. Also wieder eine andere Art der Bezahlung. Und dann haben wir noch antike Splitter und mysteriöse Splitter, das sind so ganz leichte Champions, die halt nicht viel können in den meisten Fällen. Aber wie gesagt, eine andere Art. Und das Spiel geht jetzt her und sagt, wir machen einen Sale von einer bestimmten Währung. Das steht dann in den Neuigkeiten zum Beispiel drinnen, der Winterlern raus steht bevor. Und man weiß dann gleich vorab mittels In-Game-Notification, hey, da kommt ein Sale auf euch zu und er dreht sich um diese Ressource. Das heißt, die Leute sparen darauf und wissen, sie können dann diese Ressource ausgeben, um dann halt die neuen Legendären Champions zu kriegen. Und das finde ich ganz geil. Und das ist das, was Timelines eben nicht machen möchte. Die wollen eben nicht predictable sein. Und ich sage aber, das ist gar kein so schlechter Move, das zu machen. Weil die Leute sparen darauf hin und, weiß nicht, so fühlt es sich an, als würde einem etwas, jemand etwas wegnehmen. All die Jahre war es so und plötzlich ist es nicht mehr so. Und es fühlt sich seltsam an. Warum auch immer, weil die halt nicht predictable sein wollen und sagen, ihre Seels brechen weg, sehe ich aber anders. Vor allem macht das Raid Shadow Legends ganz clever. Die machen ja diese leeren Rausch. Das heißt, du sparst, um dann diese Splitter ausgeben zu können, sparst du mal über einen gewissen Zeitraum und gibst dir halt da in dieser Zeit nicht aus. In der Zeit machen sie aber dann immer wieder andere Seels. Also jetzt aktuell ist auch wieder ein Seel am Laufen. Der betrifft dann spezielle Champions. Also man hat eine höhere Chance, spezielle Champions zu kriegen. Das könnte, also das sind zum Beispiel dann Champions, die Orks sind oder Champions, die Goblins sind und Elfen und so weiter. Also so viele verschiedene Rassen, Dunkelelfen etc., die es halt im Spiel gibt. Und das kann auch für Timelines klappen, dass man dann zum Beispiel sagt, es gibt zwischendrin einfach mal eine erhöhte Chance für Vulkanier oder für Ferengis oder für Klingonen. Das heißt, du hast immer irgendeine Motivation zum Mitmachen. Du hortest es nicht die ganze Zeit, dass die Ehre oder die Credits oder so. Du hast immer irgendeine coole Möglichkeit, das Geld auszugeben und kriegst halt dafür irgendwas Geiles. Raid macht das zusätzlich nämlich noch sehr clever. Die haben Wettbewerbe und Ereignisse. Ich weiß nicht genau, wo da der Unterschied liegt. Aber schauen wir mal ganz kurz rein in die Wettbewerbe. Die haben das immer ganz gern, wenn man etwas aufmacht, dass man dafür auch belohnt wird. Dann gibt es dann ein Ranking. Zum Beispiel, genau, so ein Beschwörungsrausch. Beschwöre deinen Weg zum Ruhm. Je mehr Champions du beschwörst, desto mehr gewinnst du. Und so schaut das aus. Wenn jetzt umgedacht, also umgedacht auf Timelines, wenn man jetzt im Zeitportal etwas aufmacht, dann könnte das, macht zum Beispiel jetzt mein normales Basispaket auf, jetzt nicht besonders viel, aber dann könnte das auch Punkte geben. Nicht nur die Ehre hier, sondern auch Punkte in einer Rangliste. Und in dieser Rangliste wiederum gibt es Belohnungen, wie man sie hier sieht. Das heißt, je mehr man mitmacht und je mehr man beschwört, desto mehr Sachen kann man auch in dieser Rangliste gewinnen. Denn auf der einen Seite gibt es diese Milestones, sage ich jetzt mal, die man freischalten kann für die Punkte, die man beschwört. Da unten steht dann, aha, wenn man jetzt diese grünen später aufmacht, gibt es einen Punkt. Bei den goldenen gibt es 500 Punkte. Und dann kann man sich so circa durchrechnen, aha, wenn ich jetzt einen goldenen aufmache, geil, dann habe ich schon mal zumindest. Da ist die ersten drei Belohnungen sicher. Und ja, gut, dann geht sich das noch aus. Dann mache ich noch so ein paar grüne auf. Dann perfekt, dann komme ich auf die vierte Belohnung, etc. Zusätzlich haben die auch noch eine Rangliste. Das heißt, wenn du da mitmachst, dann bist du mit in der Verlosung um den generellen Sieg. Das heißt, alle öffnen einfach ihre Sachen und durch diese Rangliste, durch diese Wettbewerber, die da eben entstehen, hat man nochmal die Chance, mehr zu gewinnen. Hier sieht man das zum Beispiel ganz gut. Der erste würde jetzt aktuell zehn von dem bekommen, sechs von dem und fünf von dem und so weiter. Und das geht halt da immer weiter runter, je nachdem auf welchen Rang du bist. Dadurch hast du nochmal mehr Motivation. So ähnlich wie es Timelines macht im Event, wo man halt dann auch auf der einen Seite die Thresholds hat, die Belohnungen, die es abzugreifen gibt, die Milestones quasi. Und auf der anderen Seite dann das, je nachdem wie gut man im Event dabei ist. Das macht Raydem auch und es wäre vielleicht cleverer von Timelines, das nicht nur für Events zu machen, sondern auch generell fürs Z-Portal. Wenn man Packages aufmacht, weil man so noch mehr Motivation hat, noch mehr aufzumachen und dann zu sagen, man macht diese Woche die Packages auf, die mit Credits zu erhalten sind. Und nächste Woche gibt es dann einen Sale, wo es dann Packages gibt, die mit Ehre zu erhalten sind. Die Woche drauf gibt es dann einen Sale, wo es Packages gibt, die mit Kronitonen zu erhalten sind. Und dann vielleicht noch einen mit Dilithium. Also man hat ja, und Verdienste gibt es ja auch noch, man hat ja diese Möglichkeiten, man hat ja diese verschiedenen Währungen etabliert. Sie wollen sogar noch zwei weitere Währungen etablieren. Könnte durchaus sein, dass sie schon in die Richtung von Rayshadow Legends gedacht haben und das auch machen wollen. Aber dabei sehe ich es halt nicht. Dabei sehe ich halt hilflose Developer, die halt nicht recht wissen, wie sie es machen sollten. Und wie ich auf diese Annahme komme, ist anhand von dem Talk, den sie geführt haben auf YouTube. Da gibt es Timelines Talks. Das ist ein Format, das hat auf Twitch angefangen und ist jetzt mittlerweile auf YouTube. Und die haben sich zu dritt eingefunden und haben mit ihm hier, mit dem Ben, dem Community Manager, sage ich jetzt mal, oder einem, jetzt hat er eine andere Position innerhalb von Timelines. Timelines ist auf jeden Fall ein Entwickler von Star Trek Timelines und der spricht über den Eresel, der heuer nicht stattgefunden hat. Und ganz zu Beginn geht er auf eine Roadmap ein, die im Spiel fehlt. Das heißt, erst spricht über die Roadmap, die sie nicht haben und kommt dann später zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal ganz kurz an, gemeinsam. Ja, ich glaube, wir like to keep the community on their toes mit bestimmten Dingen, weil es gibt Dinge, richtig, richtig? Like, log in to the game, und da ist ein neues Ding da, mit einem neuen Announcement. So, es ist kind of like Christmas morning. Wir können nicht be too predictable, oder wir können nicht release Roadmap, weil ihr euch würde einfach nur als disappointed als uns, wenn dates shift, drastically, due zu anderen Prioritäten und Dinge like das. Und das ist die nature of development. So, es kann nicht be too predictable, weil dann players' habits change. Like, we've already started to see that, actually, with some players actually expecting, you know, an Honor sale for this anniversary. And that's, you know, that's not what's coming. But, you know, and that can affect our, the economy in the game, and our business plan as well. You know, if players just start hoarding a currency and not spending it, you know, it throws the balance off for certain things. So, with certain features, our changes, we can't announce them early, or they can have very negative consequences on the game. So, you know, I've seen people trying to predict the next Honor sale. But, you know, due to our Q1 feature, you know, we're not doing it Honor sale for this anniversary. And we'll probably do it a few months down the line. And nothing is static in development, right? You know, we have deadlines for, you know, for this 8.0 client, for SDK stuff. And part of our development is, you know, moving people around and moving resources around. So, we do have an internal roadmap. But, you know, we will not be publishing that because you guys would be just as disappointed as us, when there's a feature that's pushed down the line a bit. And I wanted to ask, is there other mobile games that publish roadmaps? Am Ende fragt er dann noch, ob's andere Spiele gibt, die die drei Spielen, die halt Roadmaps haben, sprich, Vorhersagen, wie sich ein Spiel entwickeln könnte oder was alles ins Spiel reinkommt. Zum Beispiel ein Ehre-Sale oder zum Beispiel ein Credit-Sale oder die Lithium-Sale oder was auch immer. Das wäre, oder neue Features zum Beispiel. Und das wäre eine coole Sache. Und die, er sagt eben in dem Talk explizit, dass er nicht möchte, dass sie zu predictable sind. Das heißt, er möchte nicht, dass sie zu vorhersehbar sind, weil es negative Effekte aufs Geschäft hat. Und da, finde ich, hat er zu klein gedacht. Da sollte er eher wie Ray Shadow Legends denken und sagen, es gibt immer was. Man bekommt immer etwas. Manchmal muss man darauf achten, weil in dem Fall jetzt zum Beispiel ist nicht die generelle Chance erhöht, legendäre Champions zu bekommen, also die, die man unbedingt haben möchte, sondern es ist nur die Chance erhöht, spezielle Champions zu kriegen. Aber auch das könnte Timelines adaptieren und könnte sagen, heute gibt es für Ehre Vulkanier. Morgen gibt es für Credits Klingonen. So was zum Beispiel. Einfach ein bisschen mehr machen mit den Ressourcen und ein bisschen mehr in Richtung Roadmap denken. Und ich als Raid-Spieler weiß jetzt schon, da war dieser Rausch, da war dieser leeren Rausch, das heißt mit diesem lilanen Winterleeren Rausch, weiß ich, das war im Dezember. Und weil es einfach bisher so war, gehe ich davon aus, dass der nächste Sale in zwei bis drei Monaten ist, wo ich dann wieder diese lilanen Splitter auf beste Art und Weise verwenden kann. Das heißt, ich spare mir die für zwei oder drei Monate, um sie dann wieder rauszuhauen. Selber gilt für die Blauen, die ich dann zwischendrin raushaue, weil ja zwischendrin dann wieder so ein Sale ist für antike Splitter. Und dasselbe für die Heiligen Splitter, weil dann auch wieder irgendwann mal ein Sale kommt mit den Heiligen, die sich alle so, ich sage jetzt mal, alle zwei Monate kommt eine spezielle Währung. Und das wäre durchaus interessant für Raid Shadow Legends, aber auch für Star Trek Timelines, das zu haben, zu sagen, spezielle Währung, spezieller Sale, muss jetzt nicht jede Woche sein, kann auch alle drei Wochen sein oder so, aber zumindest etwas, worauf man sparen kann und zusätzlich, wie sie es in den Events auch schon haben, die Möglichkeit, da ist es, da sind die Events drinnen, die Möglichkeit zu haben, ganz vorne zu sein, am meisten auszugeben und das motiviert ja die Leute, dass man halt nochmal weiter raufkommt und noch mehr Belohnungen bekommt. Und das wäre durchaus ein cooles Feature, was sie adaptieren könnten, könnte man aber vorstellen, so lange wie Timelines braucht, um Features zu adaptieren, sehen wir das, wenn sie nicht schon daran arbeiten, ja, vielleicht erst in zwei, drei Jahren, aber wäre auf jeden Fall eine coole Idee, glaube ich, und würde den Entwicklern auch weiterhelfen, weil es klingt wirklich so, als würden sie nicht recht wissen, wie sie da mit der Community umgehen sollen, sollen sie sie frühzeitig informieren, wollen sie zu predictable sein oder nicht, das, da sind sie, glaube ich, ein bisschen am falschen Weg. und das war es eigentlich mit dem Video. Gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht, was ihr Timelines raten würdet, ob ihr sagt, hey, das wäre ein cooler Vorschlag, das so ein bisschen mehr zur Hand haben, wie zum Beispiel Great Shadow Legends oder ob das so ganz gut passt, ob ihr das okay findet, dass sie halt nie was ankündigen und dann hat man halt dieses blöde Erwachen, dass man zum Beispiel gerade so eine ganze Ehre ausgibt und dann kommen sie daher und sagen, hey, übrigens, ab morgen bekommt sie was für die ganze angesparte Ehre und du denkst dir, fuck it, weißt du, und um solche Situationen zu umgehen, wäre das schon ganz praktisch, so eine kleine Roadmap. Gut, ich bin da hin, sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.